Heute ist Sonntag, der 9. Juni 2024 und damit herzlich willkommen zu jedem Tag ein Ü-Ei. Heute habe ich für euch ein Ü-Ei der Klassik-Edition. Was da wohl enthalten ist, das schauen wir uns gleich an. Freut euch also auf das Ü-Ei des Tages, heute am Sonntag, dem 9. Juni. Bis zum nächsten Mal. Das ist wieder ein Inhalt aus der Serie, die Minions, das Raumschiff. Das kam ja schon sehr oft vor, nicht nur bei jedem Tag ein Ü-Ei, sondern auch damals in den Minions-Sendungen, wo ich mit euch Ü-Ei geöffnet habe. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Sonntag. Genießt ihn und wir sehen uns natürlich morgen hier wieder bei jedem Tag ein Ü-Ei. Bis morgen, ihr Lieben. Macht's gut.